Was machst du als erstes am Morgen? Telefon. Neue Nachrichten. Mach eine Sache. Steh am Morgen auf und lächle. Für wen? Niemanden. Lächeln ist nicht wegen jemandem. Lächeln geschieht, wenn dieser hier sich auf eine bestimmte Weise fühlt, nicht wahr? Ja oder nein? Es sei denn ein bisschen geschulter PR-Mensch, dann hast du gelernt, so etwas zu tun. Ansonsten geschieht das Lächeln, weil etwas in dir geschieht. Nicht, weil jemand vor dir steht, nicht wahr? Also als erstes am Morgen lächle. Es braucht 20 Sekunden. Okay? Wenn du jemanden neben dir nicht anlächeln kannst, dann lächle einfach so. 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 Vielen Dank.